Arme Mint guckt so traurig. Oh, Elba, wieso tust du nichts? Los, mein kleiner Firefox. Hau's raus. Lass deiner Wut freien Lauf. Ihr Shadow Osima. Ja, da freut sich Ember, ne? Alles niederbräune. Ja, Antidote. Auf die Feine benutzen. Ich weiß, wo das hinführt, Mint. Shadow, ich hau mir die da nur so. Kann sich das anhören wie Shadow? Leicht. So. Er hat nicht nur die Seele geraubt, sondern den Körper direkt mitgenommen. Shadow. Das ist mal wieder so typisch. Gib jemandem einen Finger und er nimmt direkt die ganze Hand. Oh. Das ist mal wieder so typisch, diese Situation, ne? So, ihr habt jetzt Cast-Verbot. Ember, tu was. Weck den Löwen, die dir. So, noch das Spear ist da. Spear, 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 Spear. Aber nicht mehr lange. Spätestens jetzt ist der Tod. Ups. Noch ein Schwert. Wie viele Schwerte denn noch? Zirp, 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 Zirp. Und da geht's nach unten. Und da ist noch ein Gang. Da. Mal hier gucken. Ich bin mal... Ich hab mal wieder das Glück gehochtet. Jake, du brauchst nicht mal so weit drunter zu scrollen. Ember ist direkt unter dir. Lass den Baum explodieren, Ember. Was war denn das denn? Kurama. Moment, du bist keine Beschwörerin. Ich brauch eine Beschwörerin. China! Da beschwürt sie Corinne und... Das wird so awesome. Bam, 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 bam. Ja, das macht schön Schaden. Explode. Ich mein natürlich... Firebox! Internet Explorer. Was doch immer. Im Browser-Name hier eingeben. Okay, tot. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Fischen! So viele Fische. Irgendwann können die Leute hier keine Fische mehr sehen. So viel wie die Jan Fischen essen mussten und... Kavush! Und Kavush und... Kavush! Was ja auch immer. Noch mehr Priester Rennen! Wieso das? Ach, Chicken, gewöhnen dir absolut... Er weiß, was man da zu scrollen. Ember ist direkt unter dir. Ja, weil sie früher immer auf Platz... Vier war. Jetzt ist sie auf Platz Zwei. Ach, Helm-Bauer. So, das mag ich hier. Pst! 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 Wie sie alle Schaden nehmen! Wie sie alle Schaden nehmen! Wuhu! No more! No more! No more! Pst! Es macht so Spaß! Oh, Emma! Ich liebe dich! Du bist die Beste! Time Stop! Ja. Ja. Friere die Zeit ein, Minz! So, mach wieder dein magisches... Pst! Ich raubel dir deine Seele! Uuuuh! So hüte es sich an, wenn man die Seele aussaugt. Ey, du hast den Baum mit ausgesaugt! Egal! Du hast nur auf die Priesterin! Benutzt, aber... Benutzt, aber... Los, Elba! Wir hatten schon lange keine Indignation mehr! Wieso benutze ich Elba's Stimme, um Elba anzusprechen? Uuh, Elba redet sich selber in der dritten Person an. Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Das tut Chicken manchmal auch. Ja. Wir reden jetzt mal im Royal Wii. Ja. Im Royal Wii. Hm. Wir fühlen uns hoch erfreut! Dass wir wieder Ninja drauf sind. Mit der Fall ging er noch weiter, oder? Stimmt. Wälder sind total groß. Und total verläuferisch. Mit Stille... Über... So... Gen... Oder so... Und Chicken summt schon wieder mir diese Melodie. Ja, das ist so catchy. Ey, 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 die Biene, 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 Biene. Nein, du kannst mal Heal auf mich machen, nicht Barrier. Obwohl Barrier, ja. Damit Cress weniger Schaden erleidet. Obwohl ich schon einen Schaden davon getragen habe. Wo ist Heal? Da. Amber, hau den Firefox raus. Deine Füchse sind toll. Füchse sind füchsig. Auswuchs. Kaboom. Am besten so ein Vulkanausbruch. Die Anträge wäre perfekt für Amber. Ultra-Vulkanausbruch of the Doom. Das wurde ein bisschen zu lang. Egal. Reiß sie alle in Flammen. Nicht mit Indignation. Mit... Explode. Das Feierfüchschen. Ja, you did it. 30 Millionen Gold-R-Spieler. Ein Buch. Ein Buch. Ach, ich... Mach nachhaltend den magischen Ruhn. Mach der Ruhne. So nicht das magische Ruhne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fakasse. Hm. Wieso kriegen meine Leute auf die Fresse gehauen? Amber, tu was dagegen. Sackasse, über Sackasse, über Sackasse, über Sackasse. Sackasse, über Sackasse, über Sackasse. Sackasse, über Sackasse, über Sackasse. Aufzug nach oben. Sackasse, über Sackasse. Sackasse, über Sackasse, über Sackasse. Sackasse, über Sackasse, über Sackasse. 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 Meine Zeichnungen sehen immer so komisch aus. Also, komisch im Sinne von eigenartig, nicht im Sinne von lustig. Komisch ist sowieso so ein komisches Wort. Wieso hat das zwei Bedeutungen? Unterschiedliche Art, ich verstehe es nicht. Na, ich speichere nachher. So, heiße Quöle. Darf ich auch ins Frauenbad die heiße Quöle benutzen? Äh, da. Frauenbad! Uh, eine gemischtes... Eine gemischte Quelle, ja. Aber, hey, Junge, erzähl mal, wie komme ich... Wo ist Susu? Nee, das soll euch gewogen sein. Ja, ja. Ja. Susu ist nicht mehr hier. Wie komme ich eigentlich wieder hier raus? Ich bin durch den Wald gestreift, aber habe irgendwie auch keinen Ausgang bisher gefunden. Und wo ist Susu? Ja, in den Männer... Was darf ich eigentlich noch hier? Yep. Isar. 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 Der Bedeutung. Wo ist Susu? Susu? Ach, mal Spice an. Ich habe so viel geschafft. Nicht. Etwas zu schaffen ist eine Lüge. Oh, ich dachte nur, der Kuchen war eine Lüge, Amber. Nein. Alles ist eine Lüge. Da läuft Susu hier irgendwo draußen jetzt rum. Susu? Nicht da. Ah, da bist du ja. Wollt ihr schon gehen? Ich komme mit. Du kommst mit? Wo sollen wir hin? Ah. Zum Eingang. Ich gehe vor. Ich darf ja sowieso nicht in den Wald da reingehen, weil ich bin da nur eine Halbhelfe. Voll böse, dieser Rassismus. Wir sehen uns am Eingang zum Irmirwald. Bis später. Boah, macht's gut. Also gut, gehen wir.